Ja, von dir selber auch nichts, ja? Ich hab schon gut abgeliefert heute. Von der 13er-Runde. Ah, eh ne, ja. Aber der Rest war halt Käse. Na, das liegt beim Auge des Betrachters. Ja, und ich bin der Betrachter. Es ist so immer, ja. Da braucht man immer ein bisschen Support. Ja, Jan war heute auch keine große Hilfe. Obwohl eine Eintagsfliege ist. Ah, 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 wirklich. Das war so ein Weiterkommen mit dem Underdap vom DFB-Pokal, ja? DfB, uah. Bitte, gib mir ne Waffe. Zeig da in der Fotzen, die Sauermutter. Ihr seid ja gar nicht bei mir. Oh. Da bin ich jetzt irgendwie irritiert, muss ich sagen. Ich wollte hier was riskieren, ne? Muss ich erst mal ein Teamwapen, während ihr euch hier abschlachten lasst, ja. Guck mal. Aber ich hab auch keine Waffe finden, was man dazu hat. Hier ist eine Waffe, die fehlt sich mit mir. Mann, da hätte ich eben gerade schon mit zwei, drei Kills starten können und mit was starte ich mit Sera. Absolut. Was ist denn mit dieser Tür hier, das sind euer Ernst? Vergessen den. Das ist weh tot. Einer noch unten drin. Alter, wird es sendet für... Die Tür, ey. Mann, Alter. Ey, Leute hier. Kann aber auch nicht alle alleine gucken, ey. Das muss ich jetzt vergeblich sagen, ey. Ja, der hat so einen Aim, Alter. Und das ist ja da noch im Sieb, dieser kleine Wixfrosch. Das ging schon falsch los. Das ging schon richtig los. Bei mir ging es richtig gut los, muss ich sagen. Ja, ich dachte, ich mach mal einen Button B. Ne, ist scheiße. Ne, war eine falsche Entscheidung gewesen. Zu dritt hätten wir da die Rockdown. Ne, die waren schon einig tot, ey. Ne, das war echt. Das war gut. Ich mag mich nicht ans Protokoll erhalten. Ne, das stimmt. Ganz schmullig auf den Rülpsen. Genau. Genau. Da hat er sich schön aufgeregt, weil ich in der Luft schon runtergekommen. Geh mal schön locker durch die Hose atmen hier. Ist ja bloß ein Spiel. Denk immer dran, du bist der Beste. Der beste Warsonspieler überhaupt. Ja, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. Ja, genau. Ganz einfach. Hier, zwei auf dem Dach geholt, in einer Warmer-Runde. Zack, zack, zack. Ich hab hier mit der Intraburst gar nichts. Ja, die sollst du doch nicht spielen. Ich hab dir doch, ich hab dir doch die TTK geschickt heute, ey. Wie schlecht die ist. Kommt ja doch, der Barb kommt. Kommt ja doch, der Barb kommt doch jetzt bald. Ja, dass die gestärkt wird. So, du arbeitest ja bei Activision. Oder... Na, du bist ja jetzt von Ravens. Oder Ravens, ja. Ja, klar. Insider-Infos. Achso. Die wird bald... Sag mal, wenn du die denn nicht auf Max hast, dann kannst du das Spiel neben mir spielen. Achso. Ich hab die ja zum Glück schon auf Max. Hab ich ja schon. Ich war ja von Tränser, ja. Doch, ich war ja für eine Lieblingswaffe mal. Eine Zeit lang. Mhm. Ja. Neben der Scar, aber. Scar ist auch richtig stark. Scar war auch geil, ja. Und EBS, oder wie die hieß. Die sind von meiner Nase, aber ich find's einfach, keine Waffen. Ich hab nur ne, ne Dingens, ne Own Gun für dich, guck mal her. Abwärts und. Hab alles. Ich glaub der Hut da ist. Der sich wieder an dem Schreibtisch hier versteckt, muss man nachladen. Die grennen dir jetzt einfach mal hinterher. Vorab. Vatex war abhauen. Scheiß ins Kind, schau. Schritte. Vatex war abhauen. Wartex war abhauen. Scheiß ins Kind, schau. Schritte. Wartex war abhauen. Wartex war abhauen. Und zwei. Wo oben Dach sind noch ähm. Einige Leute da. Oh, die Lieferung ist aber brandgefährlich, ey. Da bin ich auch bei dir. Hier bei mir zwei Stück. In der Schildcrack. Was ist denn mit Prezi? Null Damage. Null Schaden. Kann nicht sein, dass ich mich hier selber blende. Das ist so ein schlechter Witz, ey. Wirklich. Ja komm ran. Komm ran. Komm ran. Duft hier. Schmeiß da durch. Nein. Ah, er hat einen Minen. Er ist da. Ich muss jetzt an meinen Drop ran. Und dann wird er auch hier durch. Gesäbelt. Oh, das ist doch mal aufgelacht. Oh, Mann. Der ist aktiv. Ja, cool. Oh, bin ich gut durch heute. Und noch einer. Jawoll. Lauft alle hier rein bei mir. Wo sind die? Oder die Steps? 14 Meter haben. Großer Motto. Oh, ne. Mann, nein. Das nimmt ja meine Waffen. Oh, du hast neun Kills schon? Alter. Ich lauf hier grad richtig heiß. Oberste Etage. Kommt erst entgegen. Kommt erst entgegen. Entschuldigung. Jetzt die Trendy-Bomb ist absolut machbar. Ich probiere dir mal ein paar Gegner da liegen zu lassen, falls ich irgendwie immer einen down habe. Bei ihm unten war. Bei ihm unten war. Oben, ähm. Die sind's? Weiß nicht, ob die noch hier sind. Ich komme. Ja. Ähm, ne. Mach mal ruhig. Ach, jetzt haben sie mich. Aber das ist One-Shot hier. In der Mitteletage. In der Mitteletage. In der mittlere Etage. Schön. Schöne Ding. Ich land mal oben und komme erst mal zu dir runter. Oh ja. Hier ist alles. Deine Waffe legen hier. Alter. Zwei noch oben. Er hat sich die Beine geworfen. Ne. Du bist das doch mal. Egal. Das wird durchgeschied. Also auf dem Dach war einer. Der hatte sich die Beine gebrochen. Genau. Gefinisht. Okay. Abbie ist sauber. Okay. Gut. So, dann können wir eigentlich nur eine Drohne holen. Doch. Vielleicht nochmal selfless. Ah, auf der müssen wir hingehen. Achso, warte mal. Muss mal pushen. Muss mal in den Shop erstmal nochmal ran. Selfless holen. Mach mal, ich geh mal gucken. Seht man nix. Verplotten auf jeden Fall. Oh, die feilen sich. Äh, da. 50 Meter vorm, ja. Ja. Ja, Live-Marker. In den Haus. 50 Meter hier vorm, ja. Ich glaube, oben vom Headquarter schießen die, kann das sein? Ja, ne, hier hat er. Ist er an der Klippe? Ja, ja. Hast du das? Hab einen, ja. Stark. War der alleine? Ich hole den mal wieder hier, den Kumpel. Den hier findet? Ja. Nein, jetzt haben sie vom Greenhouse gefinisht. Hier landet Anna. Hier direkt bei mir am Zelt ist er. Ich muss kurz nachlaufen. Alter, wie hat er denn das bitte geschafft? Ganzes Team hier, ja? Fuck. Irgendwann die Kill... Ah, mit den Walgern hast du keine Chance. Egal womit du bist. Mach das Kieren. Ne, mach nicht. Die sind alle auf Arsch an Arsch. Ch-ch-ch, die kommen. Ich guck, ob den Cluster da hingesetzt sind, auch wenn mich jetzt keiner pusht. Genau neben mir. Ich muss irgendwie bei dir landen. Auf jeden Fall in der Nähe da. Da ist einer. Die sind alle von oben jetzt. gehe mal zurück ins Control, ne? Ach komm, ich geh auch erstmal da hin, zurück. Geh mal zurück ins Control, ne? links wie es hier 21 meter gelandet ist hier gerade gelandet ja noch einer und von derselben richtung was ungefähr 27 meter achte kommen jetzt alle von draußen die granate alter die war guter kapierende platten ja auch nicht zusammenlegen könnten wir mal einen shop aber ach das bist du jetzt hier nach unten pass auf der kommt hier über den gab es woanders oder mal kasson der macht am anfang gegen so krass ab schlechtes mit kitz